In fernem Land und da war euer Schritten, fliegt eine Burg, die von Salvat genannt. Ein Licht der Tempel steht dort in Mitte, so kostbar als auf Erden nichts bekannt. Drin ein Gefäß von hundert ewigen Segen wird dort als höchstes Heiligung bewahrt. Es war das Sein der Menschenreis der Fliegen, der ab vor eine Engelschar gebracht. Ein ehrlich naht vom Himmel eine Taube, um neu zu stärken seine Wunderkraft. Es heißt, er greift und selig reizt der Glaube, er teift nur in seiner Richterschaft. Wer um den Preis zu denen ist verkommen, den Rüssen fährt er mit überirdischer Nacht. An dem ist jedes Bösenbruch verloren, denn jedes Lied reicht ihm des Todes Macht. sehr schwer von ihm in fernem Landen sendet, zum Streiter für der dugendrechten Land, denn wird nicht seine heige Kraft entwendet, bleibt als ein Rittergurter unerkannt. So herrer Art, doch wie ist des frales Segen, enthüllt muss er des Leiloge fliehen. Des Ritters drum soll zwei Feirn nicht hegen, er kennt ihn, dann muss er von euch ziehen. Nun hört, wie ich verboten erfragen wolle, vom Graal ward ich zu euch daher gesandt, mein Vater Parsifal trägt seine Krone, sein Ritter ich bin Lohengrin genannt. Wir geben alles fest, du kommst mit einem Lohengrin genannt. Seine Ritter und nur noch ein Ritter. Das war, der St. 50 mal. Das war, der St. 50 mal. Faschel ist schade. Ich wurde von 6 mm.